Im Frank-Herz-Versuch wird nachgewiesen, dass Atome Energie nur in bestimmten Portionen, also quantisiert, aufnehmen können. Es handelt sich um ein Experiment, bei dem man in einer Glasröhre mit heißem Quecksilberdampf arbeitet. Die Quecksilberatome werden dann durch inelastische Zusammenstöße mit in einem elektrischen Feld beschleunigten Elektronen energetisch angeregt. Die Elektronen geben dabei ihre Energie genau in Portionen von 4,9 Elektronenvolt ab. Die beiden Experimentatoren, James Frank und Gustav Herz, erhielten dafür 1925 den Nobelpreis für Physik. Der Frank-Herz-Versuch gehört zu den eindrucksvollsten Belegen der Quantenphysik und ist gleichzeitig relativ einfach aufgebaut. Er ist deshalb ein beliebter Demonstrations- und Praktikumsversuch in der Physik-Ausbildung. Im Versuchsaufbau ist in einer Glasröhre auf der einen Seite eine Glühkathode befestigt, aus der Elektronen emittiert werden sollen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein elektrischer Anschluss, der als Auffanganode dient. Nun wird aber zwischen der Kathode und der Anode ein Gitter platziert und eine Beschleunigungsspannung zwischen der Kathode und dem Gitter angelegt. Die Spannung kann zwischen 0 und 30 Volt geregelt werden. Zusätzlich wird eine kleine Gegenspannung von etwa 1,3 Volt zwischen das Gitter und die Anode gelegt. Beim Anlegen einer Heizspannung an die Glühkathode bildet sich eine Elektronenwolke durch Herauslösen von Elektronen aus der Kathode. Im Gedankenexperiment sei die Glasröhre zunächst evakuiert. Die Beschleunigungsspannung beschleunigt nun die Elektronen, die eine negative Ladung besitzen, in Richtung Gitter, das positiv geladen ist. Elektronen mit ausreichender Energie durchfliegen das Gitter und können trotz der kleinen Gegenspannung die Anode erreichen, was man am gemessenen Anodenstrom gut feststellen kann. Im realen Frank-Herz-Experiment befindet sich jetzt allerdings heißer Quecksilberdampf in der Röhre. Was passiert? Die Elektronen stoßen inelastisch mit den Quecksilberatomen zusammen und geben einen Teil ihrer Energie ab. Sie werden dadurch langsamer. Die Quecksilberatome auf der anderen Seite werden in einem energetisch angeregten Zustand befördert. Jetzt gelangen nur noch wenige Elektronen zur Anode und können die Gegenspannung überwinden. Der Anodenstrom sinkt. Die Elektronen haben aufgrund der Beschleunigungsspannung, nehmen wir einmal 5 Volt an, eine kinetische Energie. Vor dem Gitter ist diese kinetische Energie maximal, da sie dort die gesamte Beschleunigungsstrecke durchflogen haben. Die kinetische Energie können die Elektronen dort an die Quecksilberatome abgeben. Dieser Bereich heißt auch Anregungszone. Wird jetzt die Beschleunigungsspannung erhöht, so steigt auch die kinetische Energie der Elektronen und die Stöße mit den Quecksilberatomen passieren früher. Die Anregungszone verschiebt sich jetzt immer weiter nach vorne Richtung Kathode. Wird die Beschleunigungsspannung weiter erhöht, so können die Elektronen mehrmals hintereinander ihre Energie abgeben. Es entstehen mehrere Anregungszonen hintereinander. Das Elektron in unserem Beispiel kann zum Beispiel 3 mal nacheinander seine Energie abgeben. Die angeregten Quecksilberatome geben diese Anregungsenergie allerdings auch relativ schnell wieder ab. Und zwar als ultraviolettes Licht. Was man mit dem Auge leider nicht sehen kann, mit speziellen Messinstrumenten jedoch gut detektieren kann. Hier nun zum Versuchsaufbau. Er besteht aus der geheizten Messröhre aus Glas, der Spannungsversorgung für die Beschleunigungsspannung, sowie einem Messverstärker für den aufgefangenen Strom. In der teilevakuierten und verschlossenen Glasröhre befindet sich ein heißer Quecksilberdampf bei einer Temperatur von ca. 185 Grad Celsius und geringen Druck. In der Röhre 3 sind Elektroden angebracht. Die Glühkathode, die Anode, sowie zwischen Anode und Kathode ein Metalldrahtnetz als Gitter. Aus der Glühkathode werden Elektronen aus dem Metallgitter gelöst. Beim Blick in die Zelle sieht man zwei Heizungen. Eine in der Kathode und eine große unten im Heizgitter. Diese ist mit einem Thermostat geregelt. Beim Frank-Herz-Versuch wird eine Beschleunigungsspannung zwischen Kathode und Gitter gelegt, die die Elektronenrichtung Anode beschleunigt. Im Experiment kann diese zwischen 0 und 30 Volt geregelt werden. Gemessen wird der Anodenstrom in Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung. Der Strom ist sehr klein, einige Nanoampere, und muss daher mit einem Messverstärker verstärkt werden. Dieser zeigt daher Milliampere an. Versuchsdurchführung Beim langsamen Hochregeln der Spannung steigt, wie bei einer Diode, die Stromstärke überproportional an, bis wir bei ca. 5 Volt einen Dip, ein Abfallen des Zeigers der Stromstärke, beobachten. Bei weiteren Hochregeln der Spannung steigt der Strom wieder steil an. Bei einer Spannung von 10 bis 11 Volt geht die Stromstärke abermals, diesmal deutlicher, zurück. Bei weiterem Anstieg der Spannung steigt der Strom wieder an, um bei ca. 15 Volt erneut zurückzugehen. Dann steigt die Stromstärke wieder an, geht bei ca. 20 Volt erneut zurück, steigt danach wieder an. Dieses Fallen und Steigen wiederholt sich periodisch, wenn die Spannung um ca. 4,9 Volt erhöht wird. Wir beobachten also alle 5 Volt einen deutlichen Rückgang der Stromstärke, was der Anregung der Quecksilberatome entspricht. Beträgt die Energie der Elektronen weniger als 4,9 Volt, können die Quecksilberatome diese Energie nicht absorbieren. Kommen wir nun zur Versuchsauswertung. Trägt man den Aufhängerstrom, also den Anodenstrom, gegen die Beschleunigungsspannung auf, so ergibt sich in etwa das folgende Diagramm. Dieses wollen wir uns nun etwas näher ansehen. Bis zum Erreichen von 4,9 Volt gelangen viele Elektronen zur Anode. Der Anodenstrom steigt. Bei Erreichen von 4,9 Volt werden die Quecksilberatome durch inelastische Stöße angeregt. Die Stoßzone befindet sich kurz vor dem Gitter. Durch die Anregung der Quecksilberatome haben die Elektronen ihre Energie eingebüßt. Nur noch wenige erreichen die Anode. Der Anodenstrom sinkt. Die Anregungsenergie wird offenbar nicht kontinuierlich, sondern nur in bestimmten Portionen, also quantisiert, aufgenommen. Bei weiterem Anstieg der Beschleunigungsspannung gelangen wieder bis zum Erreichen von 9,8 Volt viele Elektronen zur Anode. Bei Erreichen von 9,8 Volt werden die Quecksilberatome ein zweites Mal angeregt. Es ergeben sich zwei Anregungszentren. Nun weniger Elektronen erreichen jetzt wieder die Anode. Der Anodenstrom sinkt wieder. Zwischen 9,8 Volt und 14,7 Volt, also dem dreifachen Wert von 4,9 Volt, gelangen zuerst wieder weniger, dann wieder allmählich immer mehr Elektronen zur Anode. Bei Erreichen von 14,7 Volt werden die Quecksilberatome ein drittes Mal angeregt. Es ergeben sich jetzt drei Anregungszentren und nur noch wenige Elektronen erreichen wieder die Anode. Der Anodenstrom sinkt wieder. Die kleinste Anregungsenergie von Quecksilber beträgt offenbar 4,9 Elektronenvolt. Die angeregten Quecksilberatome kehren rasch durch Aussendung eines Photons in den Grundzustand zurück. Aus der Energie 4,9 Elektronenvolt lässt sich die Wellenlänge des ausgesandten Lichtes berechnen. Man erhält hier etwa 253 Nanometer. Dabei handelt es sich um ultraviolettes, also unsichtbares Licht. Auch mit anderen Gasen lässt sich der Frank-Herz-Versuch durchführen. Für die charakteristischen Energien erhält man bei Helium 21 Elektronenvolt, bei Natrium 2,12 Elektronenvolt und bei Kalium 1,63 Elektronenvolt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 für die